Hallo Leute, willkommen zurück zu Display Diablo 3 Du geht er mit dem Fabian, guten Tag Moin Weiter geht's Okay Dann machen wir ein Niefall im Portal in diesem Part Ja, gesagt Schauen wir mal, was damit rauskommt Wir sind in der Falle entstanden schon dort, wo ihr jetzt steht Doch nur wenige haben die Prüfung bestanden Wir sind auf die Flere der Flere zu verletzen Doch, lass uns los in den Händen Schreie Bum Achse Schreie Schreie Statt Das war's. Ich bin auch in der Zeit. Noch nicht bereit. Ich bin auch in der Zeit, ich bin auch in der Zeit, ich bin auch in der Zeit. Das geht noch nicht. Oh, lass mich raus. Hab ich geblockt. Body blocking. Gut, ich hab setgegen, ich hab grad besseren Roboter gefunden. Aber ich schieb's auf, weil es deine Schatz wird. Ach, du Scheiße. Pipi, schlitz, schlitz. Jetzt haben wir dieses Port- Ich teleportiere von dem, ey. Und schocken. Ich brauche mehr Zeit. Das geht noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. Es geht noch nicht. Das war's für heute. 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 Ich bin überlastet. Ich bin überlastet. Oho. Ich kann nicht mehr tragen. Ich hab gleichsam die Schnauz voll, ey. Von was? Von legendären Gürteln. Gürtel sind toll. Nein. Ich muss zurückkehren. Ausgezeichnet. Moin. Tag. Ein Verbündeter hat uns verlassen. Die Diener der Hölle werden schwächer. Ich habe einen neuen Verbündeten gewonnen. Doch die Diener der Hölle werden stärker. Der Räum ist jetzt der Zauberretter. Ich will mal gucken, ob es da besser klappt. Dannen wir ein Wälder Sieiamer. Also, ich will zehn Sekunden und so einen vielen, anderen können Sie mit der Entschrift haben. Das war's. So, weil wir jetzt fertig sind mit dem Mortal, noch ein paar Minuten, würde ich da auch noch ein paar Bosse kloppen. Wo? Wo sind wir? Akt 1 Hallende Agonie Ebene 3. Ganz unten links. Ja. Ja. Aber diese Verschwörung der anmaßenden Dorfbewohner, die mich durch Albrechts Entführung schwächen wollten, wirft Konsequenzen ab. Vielleicht werden sie vernünftig, wenn sie die Köpfe ihrer Frauen und Kinder auf Spießen sehen. Das geht noch nicht. Meine Liebe verdichten euch. So, das heißt die Hölle ausgerottet, ja? Ja. 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 Die Vorfahren sind wir heute. Ja. 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 Vulkathos, führt meine Hand. Noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich habe mich auf einen Seite. Ich habe mich auf einen Seite. Vergeheirte, und mehr Boot. Ich habe mich auf einen Seite. Vergeheirte, und mehr Boot. Das geht noch nicht! Brücke in die Hölle! Ich brauche mehr Zeit! Noch nicht bereit! Ich werde stärker! Ich brauche mehr Zeit! Meine Liebe vernichten euch! Noch nicht bereit! Ich werde stärker! Ihr glaubt ihr könntet meinen Schatz stehlen? Ihr werdet diesen Raum niemals verlassen! Ich werde nicht heute sterben! Wir sind schon aus dem Raum aber egal! Hä? Wir sind schon aus dem Raum aber egal! Ich kann erst zu meinen Verbündeten stoßen wenn ihr schlappet Nö! Da haben wir den guten! Das geht noch nicht! Ich brauche mehr Zeit! Ich brauche mehr Zeit! Ich brauche mehr Zeit! Das ist ja krass, als würde ich gegen die Wandrenner stecken. Was gibt's denn hier bei der Kette der Verurteilten? Sehr gut. Die nehme ich doch. Gut, dann war's für den Part. Ich würde sagen, dass ich abendlich bin. Vielen Dank, dass wir sehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020